So Freunde, die nächste Argon Boxgala steht vor der Tür. Am 24.09.2021 heißt es wieder Ring frei. Mit dabei sein werden Alexander Müller von Bergen. Seit langem wieder ein Schwergewichtskampf. Alex wird sein Profidebüt geben. Yammer hat wieder die Chance um einen Titel zu boxen. Er boxt um die EU-Meisterschaft gegen einen bekannten Franzosen. Herro wird sein IBF-Interconti-Titel verteidigen. Er wird den Hauptkampf bestreiten gegen einen ungeschlagenen Schweizer. Wird auch ein sehr interessanter Kampf. Auf der Undercard haben wir noch Thomas Pecierello, zwei Frauenkämpfe und noch einen IBF-Interconti. Das Ganze könnt ihr auf Argon TV sehen. 140 Karten wird es bei Ticketmaster zu verkaufen geben. Deswegen schnell an die Tickets, denn die Tickets sind heiß.